Das ist die Retai Eagle, 9mm Pistole Automatik Knall in Schwarz. Also die Desert Eagle, nur bei der Hersteller Retai heißt, heißt die überhaupt Retai Eagle. Jetzt kommen wir rüber zur Edelstahl-Ausführung. Die glänzt natürlich etwas mehr, könnte man auch reinigen, dann sieht die Waffe schön aus. Von der Bauweise sind alle gleich, aber hat verschiedene Farben und ausführlich. Das ist die vom Grad, die Stainless. Die Nickelfarbe. Die Stainless. Die Flögel. Die Flögel. Untertitelung des ZDF, 2020